ja hallo und herzlich willkommen zu let's play doom 1 in klammern episode 1 das am 1.10.2021 ja wir haben das letzte mal in level 10 aufgehört und mal gucken wie es heute weitergeht wie viel wir noch schaffen werden kommt darauf an wie viel für dieses video eine bewertung gibt ein abo ok los geht's so jetzt schon mal tschüss ach du scheiße oa ab da alter nein ich brauche energie oh kettensäge so und jetzt hier brauche ich die rote schlüsselkarte lass mich mal nachdenken ich glaube wir müssen hier runter ja perfekt für mich save mal hier ja ich wollte ein bisschen weiter kommen hier bei dem spiel nicht mehr nein gott ey wieso ist das zu machen Fuck you Das geht mal so Okay So Das nächste ist das Ah wie machen wir das jetzt hier So stirbt einfach mal Es wäre cool Danke Richtig mal Heilung Eine Rüstungsbonus, die ich nicht brauche Sondern Heilung Verdammte Nuss Stirbt Wahnsinn Komm her Cool Ja cool Ich mach die mal kaputt Alter Alter Das ist hart Level 10 Huiuiui Sag ich ja nur Ich bin schon mal safe Nice Nice Ah 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 ne Lished away Okay. Verdammt nochmal. Sehr gut. Läuft. Es ist gar nicht einfach, hier klar zu kommen. Großes Medikit. Jetzt schon mal down. Jo. Passt einfach alles zusammen. Einfach alles davon. So, jetzt gibt es hier zwei Türen. Da oder da? Ich bin mir gar nicht sicher. Hier. Okay. Sehr schön. Beide weggenutzt. So muss es sein. Ah, das ist auch interessant. Tod. So. Er ist hier unten. Dann machen wir es so. Immer Energie mitnehmen. Er weckt. Dann kann ich wieder hoch. Mitten in mir rein gespawnt. Auch irgendwie typisch. Zack. Das machen wir jetzt hier mal. Die Stelle. So. Bevor wir weiter gehen. Nee. Wir gehen hier weiter. So ein bisschen... ...sicherer. So. Wie lange ist denn das hier? Uiuiui. Okay. Alter. So. Was? Alles klar. Wir müssen du matchen. Was sind das für Gänge? Vor allen Dingen. Geh doch mal drauf. Jawoll. Jawoll. Ich vermute ich muss hier runter. Jetzt habe ich 100 mehr. Ich muss mich auch. Nein. So hängen die hier. Das war unheimlich. Wir kriegen das schon hin. Mach ich ja nicht zum ersten Mal hier mit dumm. Bisschen Blit mitnehmen. Ja bumm. Surf doch. Weiter bin ich auch ein bisschen mehr motivierter. Es ist jetzt auch Wochenende. Dies und das. Das passt schon. Ach. Du. Scheiße. Marketenwerfer. Nee. Der ist schon mal weg. Der ist schon mal weg. Oh da ist die rote Karte. Und zwei von denen. Ey. Wollte mich echt verarschen. Ohne Witz. Das ist echt heftig. Uiuiui. Geht auf. Boah ey. Was jetzt? Wow. Da ist immer die rote ey. Endlich. Guck mal jetzt doch da rein wo es schon mal war oder? Ich glaube ich zeug mich da nicht. Hier war das noch nicht. Das war wirklich irre. Ähm. Warum? Ich glaube ich hab recht. Ich glaube ich hab recht. Was speichern. Zack. Ja das ist immer noch gut vorangekommen. Eigentlich für meine Verhältnisse schon. Ich glaub da kommt man rüber. Oh nein. Nicht ihr. Oh nein. Ist schon weg. Blaue Karte. Ja mein AutoCity Programm hat schon wieder rumgesponnen. Irgendwie waren Verzögerungen drin. Warum auch immer. Keine Ahnung. Weiter geht's. So. Jetzt muss ich mal nachdenken. Äh. Nicht du. Ja. Okay. Ähm. Einfach so frecherweise. Was ist hier? War auch erledigt. Und jetzt? Und jetzt? Ich brauch die gelbe. Verdammte Mist. Ähm. Komm ich da hoch? Ja doch. Ich komm da hoch. Ja. So. Jetzt müssen wir zur blauen Tür. Bevor ich da hochladen kann. Ähm. Brauche ich den gelben Schlüssel. Da hinten. Ja du schon wieder. Es war so klar. Dass du dahinter bist. So. Tod. Ist ja so ein schwerer Brocken wie ein Gears of War. Habe ich auch mal gespielt privat. Mal schon einige Jahre. Ja. Nein. Ja das war dumm. Na gut. Ah komm. Ich hau nochmal lieber schnell aus dem Raum ab. Ich weiß ja jetzt wie. Alles gut. Das ist schon so eine Idee. Einfach schnurstracks da raus. Also wie? Geh durch. Ich. Nimm. Hier rein. Und das schaffen wir jetzt. Auf biegen und brechen. Auf biegen und brechen. Wegen ey. Ja klar. Ich muss es mal riskieren gerade, bevor wir... Krass!